Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Wir haben einen absoluten Klassiker, der jetzt wieder erschienen ist. Lotus hat ein neues Update veröffentlicht und es gab einige britische Updates. Das alles und mehr erfahrt ihr jetzt hier in den News. Mit PTP2 von Hamburg nach München. Mit dem Klassiker Zurück in die Vergangenheit. Bevor DTG mit dem Trainsimulator erfolgreich ein neues Kapitel aufschlug, gab es eine lokalisierte Version von Trains 2010 unter dem Namen ProTrain Perfect 2, kurz PTP2. Herausstechend war zur damaligen Zeit bereits die technische Umsetzung der Zugsicherungssysteme wie PZB90 und LZB. Diese Systeme wurden technisch durch den heutigen Inhaber von 3D-Zug im Alleingang programmiert und erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Sicherlich ist die für heutige Verhältnisse einfache Grafik und Umsetzung überholt. Wer dennoch von Hamburg nach München fahren möchte, kann dies in diesem Paket tun. Hiermit kündigt 3D-Zug ein großes Paket an mit dem Namen ProTrain Perfect 2, die große Deutschlandbox. Wir haben hier eine Vollversion mit vier Add-ons, welche lauten Hamburg, Berlin, Berlin, Leipzig, Leipzig, Saalfeld und Nürnberg, Saalfeld. Sowie zwei Aufgabenpakete Nord-Zug 1 und 2. Mit enthaltenen Züge haben wir hier den ICE 1, ICE 2, ICE 3 und ICE T. Sowie die Baureihe 101, 111, 143, 152 und 155. Diese Loks sind mit dabei. Nahverkehrswagen, Doppelstock und umgebaute Silberlinge, Regionalfernverkehrs- und Steuerwagen. Sowie diverse Güterwagen. Das ganze Paket kostet 19,95 Euro und kann auf 3D-Zug erworben werden. GBE kündigt auch was an und zwar möchte man sich jetzt nicht mehr nur noch auf den Train-Simulator fokussieren. Aufgrund zahlreicher Anfragen möchten wir euch mitteilen, dass wir auch weiterhin TS-2020 Add-ons produzieren werden. Wir erweitern jedoch unsere Produkte im Bereich Tain, um unsere Mengen an Trains-Material zu verwerten. Ob es Freeware oder Payware wird, steht noch nicht fest. Falls ihr in dem neuen internationalen Team mitwirken möchtet, meldet euch einfach hier über Facebook, euer GBE-Team. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal melden. Eine neue Linie wurde angekündigt von Rivet Games. Zwar handelt es sich hierbei um die Engadierlinie von Rivet Games, schlängelt sich durch das wunderschöne Alpen im Tal und führt die 57 Kilometer lange Schweizer Meterspurbahn von Pondresina nach Skultarasp. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich kenne diese Orte leider nicht, deswegen entschuldige, falls ich mich jetzt hier versprochen habe. Gebaut als erste RHB-Strecke, die mit einphasigem Wechselstrom elektrifiziert wurde, wurde die Strecke als Meterspurstrecke 1913 für das Publikum eröffnet und wartet nun darauf, von ihm im Trainsimulator entdeckt zu werden. Mit seinen ikonischen Bahnhöfen und Infrastrukturgebäuden entlang einer atemberaubenden schönen Route ist die Engadierlinie immer ein Besuch wert. Steigen Sie an Bord der RHBGE 6-6 II Lokomotive und bedienen Sie die 17 Stationen entlang der Engadin-Linie, die demnächst zum Trainsimulator erscheinen wird. Also, wer sich da das Ganze mal angucken möchte von Rivet Games, Link ist unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Ganze auch schon direkt vorbestellen. Wir hatten ja schon bereits ein Ankündigungsvideo von Trainsim World 2 gezeigt, welches jetzt ja in der vergangenen Woche groß angeteasert wurde. Erscheint das Ganze jetzt am 6. August. Es gab jetzt ein Entwickler-Video, welches ihr euch angucken könnt. Vielleicht ist eure Frage ja mit dabei, die ihr jetzt gerade so habt, bezüglich der muss man bezahlen, kriegt man das umsonst, muss man die ganzen DLCs neu kaufen. All das wird in dem Q&A-Video von Trainsim World 2 natürlich beantwortet. Also Link unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, guckt da gerne mal rein. Lotus hat ein weiteres Update veröffentlicht. Wir sind jetzt in der Version 1EA074 mittlerweile angekommen und jetzt ist es soweit. Die KI-Fahrzeuge sind auch im Multiplayer verfügbar. So heißt es jetzt mit KI. Wir danken insbesondere Tenebero, Steven 3233, Darkrai und GT670DN für stundenlange Beta-Tests auf der Düsseldorf-Karte, bis alles richtig funktioniert hat. Im Multiplayer kann man jetzt in die Verkehrsdichte und Anzahl der Autos einstellen, also vom Spielleiter einstellen. Das stellt die KI nicht zu hoch ein. Für manche Rechner ist es schnell zu viel. Hier, kleinere Performance-Verbesserungen, ein Einfluss auf die FPS, aber nur unter bestimmten Bedingungen, sowie weitere Sachen wurden mittlerweile gefixt. Unter anderem haben wir hier auch zum Beispiel die schwarze GT6N-Hinterteile und eventuell weitere ähnliche Effekte, besonders beim anderen im Multiplayer. Ist uns persönlich ja auch schon aufgefallen. Und zu guter Letzt natürlich wurde noch die Fest von Steven geupdatet. Und Brück Gladbeck hat auf seinem Facebook-Kanal ein weiteres Bild gepostet, welches hier scheinbar eine Straßenbahnlinie oder sogar eine Stadtbahnlinie zeigt. In den Kommentaren war folgendes zu lesen. Bin diese Strecke letzte Woche jeden Tag gefahren, hatte Dienst auf der U72. Und ein weiterer schrieb, bitte macht auch die Strecke U73 und U83. Dass das Ganze natürlich zu dem Düsseldorf-DLC passt, wäre natürlich vorstellbar. Allerdings hat man sich hierzu noch nicht wirklich geäußert zu dem Bild. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Auch gab es ein weiteres großes Update für die Studio-Polygon-Light-Busse, die es ja natürlich auf Steam gibt. Unter anderem sind wir jetzt in einer neuen Version, welches jetzt mit neuen Features ausgestattet wurde. Unter anderem Wind und Straßenlärm bei Geschwindigkeiten hinzugefügt. Wir haben ein neues Lenkrad-Modell mit Textur, eine neue Dashboard-Textur, neues LHD-VDV-Dashboard-Modell und Textur, neues LHD-VDV-VDO-Tachometer und Tachomodell, neue funktionierender, gescripteter VDV-Dashboard-Bildschirm hinzugefügt. Und eine Leistungssteigerung für ein insgesamt reibungsloseres Erlebnis. Das sind nur ein paar Sachen, die hier dazu gefügt wurden. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Solltet ihr euch die Busse gekauft haben, schaut doch mal in dem Update mal vorbei. Aber nicht nur da gab es ein Update, sondern auch bei dem 400 MMC-Bus gab es ein weiteres großes Update. Unter anderem das Hannover Ibis. Einige mögliche Bugfixes wurden hier verbessert. Der Ticketdrucker hat eine neue Startsequenz. Die Passagierzählfunktion und aktuelle Reise wird auf den Optionsseiten jetzt angezeigt. Änderungen gab es hier unter anderem bei Update Mapping. Der Cummins Engine mit mehr Leistung am oberen Ende. Geschwindigkeit beim Ticketdruck erhöht und vieles mehr. Auch hier, wenn ihr euch den DEC natürlich gekauft habt, dann schaut doch mal rein. Da gab es noch eine ganze Latte mehr. Aber nicht nur Busse wurden wohl gezeigt, sondern auch ein neues Update von der Karte Purbeck. Die Version 1.0 ist in der Zeit zwischen 2010 und 2015 angesiedelt, als die Linie vom Betreiber Opta Visionär gefahren wurde. Und umfasste drei Fahrzeuge sowie eine Fahrzeit von ca. 70 Minuten. Sowohl die Fahrzeuge als auch die Linien basieren auf dem Depot in Svanetsch. Nicht weit von der Endstelle entfernt, die ebenfalls enthalten sein wird. Detaillierte Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Und da kommen wir dann auch schon zum Ende unserer News. Das war's. Mehr haben wir aktuell nicht finden können. Ist aber auch eine ganze Latte mit dazugekommen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf die ganzen Projekte. Train Sim World 2 wird bestimmt sehr interessant. Aber dass der Nostalgiker Pro Train Perfect 2 wieder erscheint, ist ein absolutes Highlight. Wenn ihr wirklich mal einfach mal sehen wollt, wie die Simulationen von früher aussahen, ist dieses Paket genau richtig. Und für 19,99 Euro kann man absolut nichts dagegen sagen. Ihr habt auf jeden Fall für mehrere Spielstunden auf jeden Fall definitiv eure Freude dran. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, obwohl ich als großer Microsoft Train Simulator Fan Pro Train Perfect 2 verflucht habe, weil der einfach so unverschämt gut war im Gegensatz zu dem Microsoft Train Simulator. Aber der Microsoft Train Simulator deutlich mehr DLCs hatte. Guckt es euch an und sonst schaut mal bei uns in der Playlist vorbei, da haben wir das ein oder andere Video von Pro Train Perfect schon gezeigt. Ich verabschiede mich, bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns am nächsten Sonntag dann wieder zu der nächsten Ausgabe der ÖPNV News. Ich verabschiede mich, tschüss!